Was geht ab, Leute? Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Call of Duty Black Ops 4 auf der Map Summit Herrschaft mit Ajax wieder und der Starter gehört erstmal mir. Ja, okay, die spielen hier wohl stark über rechts außen. Ja, 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 okay, schade. Und jetzt hört sich einer... Oh, die Fläche ist runtergefallen. Wir werden dominiert. Werdet aggressiv. Übernehmen, Charlie. Okay. Er wollte nicht kommen. Oh, lol, das war ein Gegner. Oh, shit. Ah, diese blöde Sucherdrohne. Komm, 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 schon. Alter, was war das denn? Ach, du Scheiße. Ja, schon wieder... Die sitzen schon wieder an allen Stellen. Okay, die Fletch kann ich gerade nicht gebrauchen eigentlich. Jawohl, Blend Assis. So sieht's aus. Immer schön fürs Team da sein. Kommando, ich markiere Abwurfposition für Vorräte. Bedrohung neutralisiert. Oh, die sind... Die sind drüben. Die sind draußen. Oh, die sind schon drin. Wir verlieren B. Profit eliminiert. Ah, fuck. Schade. Hätte ich eigentlich eine ganz gute Chance gehabt, da irgendwie was zu machen. Weil er erst mich nicht getroffen hat, aber... Ich musste mich halt noch drehen. Oh. Ich höre hier irgendwas um. Da ist irgendeine Sprengfalle. Ich aber irgendwie nicht sehe. Keine Ahnung warum. Oh, lol. What the fuck. Der hat mich wohl irgendwie gehört oder so. Der Ajax. Komm schon. Oh. Ja, Flash-Support. Verbündeter Taktik-Einstiegsmannung. Bereit zum Fortschoss. Positionen gesichert. Haltet die Stellung. Nice. Au, au. Nein, da hat er meinen Kopf noch gesehen. Da ist gerade neben mir einer runtergefallen. Man hört uns so. Es ist natürlich ärgerlich. Mach deinen Deckel drauf und dann macht es direkt nochmal. Wir verlieren Alpha. Okay. Ah. Scheiße, ich habe keine Flash. Nein. Warum nehme ich nicht das Schild? Ja, okay. Das Schild wäre auch ein bisschen verschwendet gewesen bei 98,65. Okay. Halbzeit. Wir spielen gegen drei. Ist ja nice. Bleibt in der Zone. Wir machen das gleich nochmal. Die ICR ist auch echt geil. Muss man einfach mal sagen. Ja, dann habe ich jetzt auf jeden Fall das Schild, um mir B zu holen. Mal gucken, dass hier keiner kommt. Das ist ein bisschen ungünstig. Nehmen C ein. Fuck. Neun Knall eingesetzt. So, ich hole mir mal B. Scheint ja auch keinen zu interessieren. Ihr Cluster kannst du mal schön sein lassen, du. So nicht. Die gehen hier außen längs, oder? Schönen guten Morgen. Crash ausgeschaltet. Haha. Jawohl, ja. Glubschi hat zugeschlagen, Junge. Kommando. Datenverbindung zur Drohne herstellen. Bereit für den Wurf einer neuen Knall. Alle Positionen gesperrt. Eingraben und halten. Ja. Schade. Hat nicht gereicht zum Flöschen. Aber wir fehlen hier in A. Wir müssen wieder rüber. Weit hat A eingenommen. Jawohl, ja. Kommando, bitte ein Kampfer. Kampfer zu mir. Doker 1-1. Bereit zum Kampfer. Feuer. Scharfschützen-Nest wartet auf Befehle. Ja, Scharfschützen-Nest kann ich gerade leider nicht holen. Ich habe schon den Hedi in der Luft. Nice. Einsatz-Team. Jetzt geht's ab. Neuen Knall ist bereit. Oh, Leute. Hätte ich nicht auf die Minimap geguckt und gesehen, dass ich ihn gesehen habe, aber nicht gesehen habe, wenn ihr wisst, was ich meine, dann hätte ich ihn nicht gesehen. Recon autorisiert Drohnen einsetzen. So einfach. Recon autorisiert Drohnen einsetzen. Ist hier drin jemand noch? Nein. Aber. Ziel erledigt. Wir verlieren Ausfall. Oh. Batterie lebt ja noch. Batterie erledigt. Neuen Knall eingesetzt. Erstmal die Neuen Knalle ins Gesicht hier. Nein. Oh, schade, Alter. Was das für ein Aufräumkommando da gerade war. Ich war schon wieder kurz vor dem nächsten Einsatz-Team, wa? Alter Vater. Also, ich denke mal, das Game of the Play ist meins. Ich weiß, dass es Play of the Game heißt, aber ist ein Insider. Beziehungsweise hat nicht viel Insider-isch, aber ich sag's einfach manchmal. Keine Ahnung warum. Ich find's lustig, wenn sich irgendwie manchmal Leute dadurch getriggert fühlen. Jawohl, ja. Der Glubschi ist es. Piu. Batterie erledigt. Nice. Ja, am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, aber meistens kriegst du dann doch irgendwo noch den kleinen Impuls, der dir dann sagt, hier, abgeht die Post in dieser Runde. Und ja, damit verabschiede ich mich wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über auch einen Support freuen. Und wir sehen uns auch hoffentlich wieder im nächsten Video. Tschüss.